Ich lasse schwarz arbeiten. Das ist riskant und bleibt nicht ungestraft. Ich habe schwarz arbeiten lassen. Meine Angestellten hatten keine Arbeitsbewilligung. Der Betrieb meines Unternehmens wurde für mehrere Wochen eingestellt. Ich habe schwarz arbeiten lassen, um keine Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen. Die Kosten für den Arbeitsunfall meines Angestellten zahle ich mein Leben lang. Ich habe schwarz arbeiten lassen, um die Konkurrenz zu schlagen. Jetzt bin ich vorbestraft und habe einen schlechten Ruf. Ich habe schwarz arbeiten lassen, um Lohnkosten zu sparen. Ich zahle einen hohen Preis für Bußen und ausstehende Versicherungsprämien. Gehen Sie auf Nummer sicher. Informieren Sie sich.